Wenn man einmal transluzentes Holz beleuchtet gesehen hat, dann ist man wie hypnotisiert. Dieses einzigartige, warme Licht, was erzeugt wird, die Holzmaserung, die man komplett anders wahrnimmt, ist einfach nur sensationell. Wir haben uns überlegt, wie wir dieses tolle Design und diesen Effekt in jedes Wohnzimmer bringen können, damit jeder diese Faszination erleben kann. Und deswegen fingen wir an, Leuchten zu designen. Wir haben ein einzigartiges Laminierverfahren entwickelt, wo wir Echtholz und Glas zusammen laminieren, welches wir auch zum Patent angewandt haben. Das hat den Vorteil, dass das Ganze vor Dreck, Staub und Wasser geschätzt ist. Dadurch ist es uns gelungen, die erste Witterungsbestände, die Echtholzleuchte, weltweit zu entwickeln und völlig neue Anwendungsbereiche zu schaffen. Diese Anwendungsbereiche können zum Beispiel Outdoor, Fassadenbeleuchtung, frequentierte Orte wie Clubs oder Bars sein, die vorher undenkbar waren für Furnierleuchten. Und was diesen Anwendungsbereichen trotzt, sollte natürlich in den eigenen vier Wänden ewig halten. Aus dem Grund fertigen wir auch ausschließlich, um unsere Qualität zu gewährleisten, alles in Handarbeit in Bremen, Germany. Das Besondere an Bodenprodukten ist die Liebe zum Detail und die zahlreichen Funktionen, die perfekten Komfort geben. Somit liefern wir Unikate in das Zuhause unserer Kunden und setzen nur hochwertige Materialien und Komponenten ein. Dabei steht die Qualität über der Quantität und die Anwendungsbereiche sind nahe zu grenzenlos. Wir sind One Germany und wir bringen Holz zum Leuchten. Dadurch erzeugen wir ein einzigartiges Licht. Aus dem Grund Untertitelung des ZDF, 2020